Oh Gott, der frisst wie ein Schwein. Ich weiß nicht. Schweine kauen eigentlich mehr, während er schlingt wie eine Ente. Jedenfalls klingt es wie ein Tier auf einem Bauernhof. Und vorhin hatte er in einem Strahlenschutzanzug tief und fest geschlafen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Er hing an einem Kleiderhaken. Er hat zum Mittagessen drei Bier getrunken. Da wird jeder müde. Ich habe ihn hier noch nie arbeiten sehen. Was hat dieser Mann überhaupt für einen Posten? Er ist Sicherheitsinspektor. Dieser verantwortungslose Fettsack? Ein Mann, der schon mindestens ein Dutzendmal hätte tot sein müssen? Genau, 316 Mal. Nach meiner Rechnung. Und dieser Mann soll für unsere Sicherheit sorgen. Da wird mir ganz schwindelig. Daran sollte man am besten gar nicht denken.